Willkommen und jetzt zeige ich Ihnen meine derzeitige Lieblingsgruppe Lulu von Tommy M. in einem Wasserbüffelleder mit Jeansnaht. Warum ist diese Gruppe so außergewöhnlich für mich? Nun, für die ganze Familie haben sie Platz zum Lümmeln. Jeder kann es sich bequem machen, wie er sich den Abend vorstellt. Man kann mit mehreren Kissen normal sitzen, man kann mit einem Kissen oder auch schräg glümmeln, man kann alles machen hier. Und zwar mit vielen Personen, weil das Ding richtig groß ist. Toll ist natürlich auch das Wasserbüffelleder mit natürlicher Struktur und so einer Melierung drauf, die unglaubliche optische Wirkung ausmacht. Dieses Anbaussofa ist übertief, also mehr wie dieses Eckanbaussofa, mehr Tiefe. Und damit haben sie halt diesen Lümmelkomfort. Tommy N. nennt das XL Tiefe. Lulu hat auch noch sonst eine sehr feine Gestaltung. Und zwar hier arbeitet Thomas mit Jeansnähten, so nennt er es. Und damit, da er sie auch noch asymmetrisch näht, bekommt man einen ganz wunderbaren, modernen Eindruck. Toll natürlich die Garnitur für Frauen, die gerne mit Kissen oder auch Männer, die gerne mit Kissen spielen, die ihren individuellen Look haben wollen. Leder mit schönen Holzfüßen, mit schönen Massivholzfüßen. Eine tolle Garnitur für jede Familie, die es gern bequem hat und die es gern natürlich hat und die was Besonderes haben will. Lulu ist ein Kundenstorno. Das heißt, ein Kunde hat bestellt und nicht abgenommen. Das ist jetzt ihre Chance. Lulu gibt es genau einmal zu diesem Preis. Genau diese Garnitur, wo ich jetzt drauf sitze. Und genau für Sie. Dankeschön und Tschüss.